guten tag herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge leon hallo hilf mir bitte leon ist wieder dabei nach dem zweiten part hallo hilf mir bitte ich bin hier unter dem boden wie ist es eigentlich gras unten auf der straße unter der straße die giraffe hat aber schöne beine oh ja ach ja guck mal meine rollschuhe voll groß so also wir wollen ein bisschen glitschen nochmals das war glaube ich im zwanzigsten part oder siebzehnten können nein nicht dort drüben wir können nämlich hier noch mehr reinglitschen es geht einfach immer einfach ins tor rein drehen rein salta machen wir suchen heute zusammen die goldstatuen du musst mal gucken bei google goldstatuen liste oder so giga.de und dann müssen sagen der einen achten was ich noch brauche okay in der stadt fehlen mir noch was habe ich menschen der menschen mehr nach fünf riethof eine gutenburg ist glaube ich rechts oder 1 2 3 4 5 6 7 sieben tun mir fehlen die erste die vierte fünfte sechste dann unten die vierte also in der mitte die vierte und rechts die letzte und beim zweituntersten die fünfte okay also könnten wir könnten hier goetstöten wissen einfach noch nicht direkt einsammeln bitte einfach nur schauen wir wollen sie gemeinsam cool und toll finden hier kann man nicht rein hier am gebäude ist auch nicht ich bin voll drin im gebäude voll mega drin im gebäude man kann sich ausdrehen wie in einem karusel so ihr dürft gerne auch mitspielen wenn wir ganz viele sind wie viel kann man eigentlich maximale so ich habe ein bild ein tonneil was haben wir für ein paar so ein chilliges bild ich will nicht rein ich höre mal die hupe ja ich höre sie wo ist mein kopf hey wo ist mein kopf steck mal ein warte gehts ich kann nicht einsteigen ich bin zu groß wie kann man einsteigen eher gedrückt halten jawohl leon ja das alte ist kaputt ich bin zu groß schleim ja 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 ich habe heute schon alles freigespielt also ich glaube jede mission habe ich gelöst wir fehlen jetzt noch die gooch-staturen und ich muss einfach noch ins ding reingehen ähm das UFO ja ich muss einfach in die base reingehen und dort alle alle symbol aktivieren noch ich komme nicht hoch warte kurz ähm guck mal guck mal wenn ich freigespielt habe ah komm wir gehen zum event das hast du noch nicht ist es überhaupt noch aktiv ich glaube schon dass es noch aktiv ist ja können wir später mal ah komm wir schauen nach wo die goldstatuen sind das ist ja mega schwierig nach denen zu suchen ich habe doch keine ahnung ich wollte so ein kleines lustiges spiel machen aber das geht es uns zu lange gab es gab es hier nicht bei der polizeistation eine goldstatue also die unten im schacht habe ich im polizei wo man die ganzen dingen die ganzen gewollten leute einbruch das ist einfach eine mission hier habe ich schon gemacht ich habe sie wieder raus gezogen ja ja die machen ja nichts hier ist bei jesse goldstatue bei mir ja das habe ich ja auch irgendwie geholt ich weiß nicht wie man rein gehen kann ich habe sie irgendwie durch die gira oder so geholt das ist ein fluchtversuch guck mal wo ist die banane und nein die polizistin wird überfahren ich bin rausgestiegen und das hat das explodiert guck mal ich bin das heißeste stein wir nehmen da wieder eine stein mit hier ist eine goldstatue können schweine hier ja genau was ist das das ist das des steiners indianer johns das herunter kommt und harrison ford überrollen in den kisten drin warte kurz habe ich habe hier vielleicht noch ein eine goldstatue ich bin das geflügelte schwein nein ich will ich nicht aus mehr von ach man ich hasse das mit dem du musst eher gedrückt bleiben ja aber ich muss so lange warten wenn ich nur kurz also so zwei sekunden mache dann merfe ich dich raus was machst du jetzt mit dem was machst du jetzt mit dem stein was machst du mit dem pfosten dann lass doch mal die strommästen in ruhe du musst sie nicht knutschen was ist mit dem reifen losse der ist ja mega am ruckeln boah tschüss bleib dran hier oben ist ein auto versteckt aber ich muss mal kurz geh mal zurück zu diesem haus aber nicht kaputt malen nein oh ich sehe halt nicht so viel aber hier ist doch irgendwo noch eine goldstatue also es muss eine hier sein oh die spielen basketball ah hier ist das rhino fahrzeug weißt du das der der traktorhahn ja ich will ein rhino fahrzeug da ist das rhino schlepp das ab ja lass die sau raus gut viel spaß damit also hier könnten wir noch suchen ich suche einfach dort wo ich ja noch nichts gesucht habe also da oben auf dem einen gebäude hier sehr gut das rhino fahrzeug kann ich direkt wieder wegschmeißen wieso ich habe mich umgedreht oh da kannst du ja mit der zunge wieder umkehren so stimmt ja ich müsste noch mit für ein achievement müsste ich noch mit diesem ballon fahren der herumfliegt mit dem vollen auto mit dem einkaufsauto mit dem einkaufswagen ich weiss echt nicht wo eine goldstatue ist ich bin sowas von out of wissen guck mal da meditiert eine frau da ist ein autohändler ich brette da jetzt einfach rein haben wir hier irgendwo eine goldstatue ah ja die die dieser autohändler da hat immer sie die autos durch die scheibe die autos wo man einfach schnell fahren gut fahren kann guck mal was ich bin oh elektro guck mal was ich bin ja hab ich schon gesehen hast du das auch freigespielt was denken ich bin in der wand was denken sich die mitarbeiter wenn da auf einmal so eine ziegel reinkommt und einfach die autos weghaut ja ein vogel strauss der alles kaputt ist ich bin ober dem haus in der wand also in der decke wand ist so richtig dick boah also ich finde die giraffe macht am meisten spaß und dann kommt dieser vogel strauss aber der ist so schnell und der glitscht auch überall rein mit der giraffe kannst du zum beispiel ober dem polizeirevier einfach so ein bisschen herum jetzt bin ich drüber ich habe mich einfach noch weiter hochgepackt und dann wieder raus rum drüber wie geil hallo was hast du denn eigentlich noch nicht gesehen Brettspiezieger ja ich schalte sie einfach nicht rein doch ich schalte sie jetzt rein ich bin jetzt Brettspielzieger Brettspiel 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 also wo ist eine Goatstatue weiss ich nicht ja schau mal bitte nach sag mal die 1 von innerstadt wo bin ich denn hier ich bin beim Zoo ich geh mal in den Zoo rein ok dann schau ich nach weil ja man kann zwar oh das Video ist fertig geil das Video ist fertig im Let's Play einfach mal kurz veröffentlichen so gut also dann Goat Simulated Goatstatues ich habe eine YouTube Benachrichtigung bekommen Drago Bar oder Minecraft Server was schön war drago was drago was drago krass krass geil ich habe Glocke aktiviert geil vorbildlich Points Fabrik Ruhmehill ey mich hat die Polizei festgenommen ja ja mich hat mal ein Polizist festgenommen und der andere Polizist hat mich auch festgenommen und da hat der eine Polizist und der andere zusammengeschlagen was sind das die Giraffe ja Ziegen am Hufe dann alle goldenen Ziegen in der Innenstadt mit dem Baumstamm von der Sägemülle dafür müsst ihr die Quest auf dem Holzwerk abschliessen und die Maschine starten folgt dann dem Baumstamm es gibt einen Baumstamm ich mache jetzt die Fallout-Mission ich mache jetzt die Fallout-Mission es gibt einen Baumstamm der herumwandert ich mache jetzt die Fallout-Mission ich mache jetzt die Fallout-Mission ähm bei der habe ich irgendwie so einen komischen Bug gehabt dass ähm du bekommst ja immer diesen komischen radioaktiven Nebel über dass der irgendwie nicht war dann bin ich irgendwie noch einmal in den Krater weil dort eine Gottsstatue dann spawnt ist oder und ähm plötzlich war es dann die ist ja weg ähm der der Riener Ding und jo dann plötzlich ist es auch so komisch geworden und dann ist er angefangen radioaktiv zu werden und irgendwie auch noch etwas im Let's Play ähm das war erst kürzlich in einem Part war auch irgendwas falsch irgendwas falsch irgendwas falsch oder oder dann ist er ein Italiener also wir treten vom Traktor von Tim äh also ich muss ich muss die Maschine am Holzfällerwerk nochmals aktivieren und dann den Baumstamm folgen petflix was ist ein petflix das ist aber netflix als haustier also für 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 ziegen sozusagen von ziegen für ziegen ein streamingdienst für ziegen jetzt muss ich glaube ich hier drauf drücken ja hä wie kann ein Baumstamm sich ausdehnen also ich muss dem Baumstamm folgen und irgendwo ist da eine Quotstatue hey das ist so geil aber der Baumstamm der der tut sich wie ein Röhrchen oder so nach ausdehnen das sieht so ganz komisch aus lol und der geht bei der Chance sogar durch klar ich hab mein Auto im Ikea geparkt es gibt sogar also in diesen 39 parts habe ich so geil Szenen ähm ich bin äh gefunden ich hab mich aus ich hab mich aus der Map geglitscht ja ich bin jetzt gerade auf einem Baumstamm wenn ich irgendwie zu dir komme oder du kommst zu mir dann verliere ich ich bin im Lager von Ikea ja man sehen wie anders aus mit der Giraffe kannst du dich eigentlich aus jeder Position befreien vielleicht gehts einfach zur Giraffe wechseln und dann ein bisschen herumrucke ich hab die Giraffe ja nicht oh der Ballon kommt auch ich muss um das Achievement haben ich hoffe dass es noch geht wenn wir wenn ich die Quotstatue habe aber ich bin jetzt schon bei diesem ganz grossen Turm in der Stadt oh nein der Ballon ruft mich rund oh oh ja die Goldstatue ist hier so geil aber ich könnte jetzt eigentlich den Ballon nochmals abwarten aber das Achievement doch mache eine unvergessliche Ballonfahrt in Einkaufswagen ja und durch den weißt du einfach durch diesen Holzstamm kann man auch das machen sonst reicht man den nicht so gut den Ballon aber so geil endlich habe ich die Lösung kannst du mich dann gleich mal kannst du gleich mal hierher kommen zu Ikea ja aber zuerst muss ich das mit dem Etc jetzt hier sind noch Einkaufswagen ja aber ich muss mit dem Ballon fahren im Einkaufswagen nicht nur einen Einkaufswagen nutzen er kommt er kommt der Ballon und da muss ich einfach irgendwie reinhüpfen in den Einkaufswagen ich kann zwar unten kann ich zwar mit der Zunge am Einkaufswagen festhalten mich aber nicht irgendwie rein klettern oder so das ist viel zu schwierig frau mit der Störung das ist mir einfach viel zu sensibel und zu nervig da unten nein das ist ein hm ich dachte schon eine Gurtstadt vom Haus aber das ist ein Dauer hey nein ich sehe nichts ich sehe einfach nichts jetzt geh rein hey ich bin drauf gewesen hey das ist eine Schweinerei also ich mache das ein anderes Mal ich weiss jetzt wo ich den gut erreichen kann ich komme mal zu dir wo bist du bist du das bei Ikea ja ja ich wollte nur sehen du das komische ja du bist hier drin also warte kurz ich mache mal mit dem nein ich möchte ich raus also du kannst du kannst hier rein mit der Giraffe ja hier geht's ich bin draussen oder ganz knapp bin ich draußen nein ich bin immer noch drinnen äh jetzt bin ich ganz gefangen über dir aber da komme ich auch bei dir warte kurz das wechsel jetzt bin ich der Mann wieder jetzt bin ich wieder unten bei dir also wo du warst wir müssen nur hier in das Auto rein kommen hey ich bin im Nebenhang also nochmals zu Giraffe da kannst du dich immer befreien eigentlich aber ist so komisch hier drinnen sonst einfach nochmal so wie selten dann haben wir dann haben wir boah jetzt bin ich unter was also wenn was jetzt bin ich ganz im Weiss ich bin draussen oder ich bin draussen aber ich hänge mit den Füssen noch fest mit einem Fuss hänge ich noch fest jetzt bin ich draussen gut also muss einfach die ganze Zeit ähm W Leertaste Umschalt und rechte Maustaste drücken immer die ganze Zeit so abwechslend kannst du mal ich bin jetzt unter unter der Erde boah was kann ich du kannst ja zu mir teleportieren über die Map so wo haben wir noch gut standen also hier haben wir sich noch gut standen ich muss wieder zurück in die Stadt das ist der mit dem Westlufthammer der herumpflicht den habe ich denkst dann habe ich angehauen hm ich will jetzt mal wieder mein Renault Auto haben oh hier unten hat es Tauben und kann man die Tauben irgendwie weggrinden mal schauen ob man die Driften also Dinge ja grinden kann ich will jetzt mein Renault Auto man kann manchmal so kurz nur R drücken jetzt hoch und grinden oh dort ist ja nicht weg ja kommen die weg haben ja sie gehen kaputt und ich herumruckele haha wie geil das Spiel aber also komm nachher zu mir hier gibt es ein Event ich weiß nicht mehr genau wo der wäre nicht so wenig ne es war hier links und wo hier in der Nähe ja ok ich hab's das ist das 10 Jahre Go Simulator 1 oder 15 einfach rein das hier ja einfach rein versuchen immer wieder rein versuchen ok es geht auch beim ersten Mal NPC genau jetzt bist du diesen einen NPC so nicht jetzt digga wow wie du weg bist ich bin schwarz weil ich daheim war weil es andere Skins gibt immer wieder ok ja ja also sag mir mal wo hier die Gottstadt ähm ähm guetenburg nein guetenburg nein sondern das andere äh 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 moonwood was auf dem ey guck mal joinourbugsale 21 minuten 21 minuten in quetenburg das ist das oben ja das ist das oben guck dir mal meine Maske an wo wo gibt es da mhm also welches ist das hier morningburg oder gibst du morningburg innenstadt suche dann morningwood wasserfälle baustelle morningwood da wohl das oberste nein subobsville subobsville wieso ist das auto so schnell es sind viele Autos viel zu schnell da die vierte über dem tunneleingang nach gutenburg what the fuck wer sucht über dem turm äh tunnel ey wieso nimmst du mich nicht hier weg warte ich komm wieder hoch ey sogar im rückwärtsgang ist das ding viel zu schnell ja es ist halt ein spezialfahrzeug komm hier komm hier geh jetzt wieder aber aha das ist nicht ein spezial hey hallo äh ich bin komischer so über dem also wirklich da oben da 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 mein gott wer schaut hier nach oben es ist immer so frech auch im zelt oder so oder im jablo es ist immer so mega nervig versteckt ich kann mit dem hai nicht so gut hoch du musst dir mal die rückwärtssalb jetzt hineingucken oder wo oder von da oben runter kannst du das nein weiß das suicide quad gibt es auch ein hai hat mein vater gestern geschaut nein oh mein gott mit dem fisch kannst du besser so und jetzt ich will von hier oben runter ok aber ich sehe es nicht so gut und wow boah boah und ich bin auf einer banane ausgelöst boah nochmal gut dann brauche ich noch die ähm ich vermute Mensch ganz unten nein so wo es will äh 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 die 16 auf den balken den der große holzfeller trägt der große holzfeller auf den balken der der große holzfeller trägt auf den balken der den großen holzfeller trägt ist das nicht irgendwo eine Statue von einem holzfeller schau dich mal um oder fahr du mal und ich schau mich um wo der ist doch nicht hier der ist doch oben beim irgendwo irgendwo ist eine holzfeller Statue und zeigt hat dass die das holzfeller kannst du nicht schneller fahren äh ich bin falsch eingesteckt und besser ähm man gut ich bin am überlegen da bist du wirklich suche einfach mal eine gut struktur wieso kann man eigentlich bei ein stück eine andere stadt die ist die wahl die ist in so container ich glaube die habe ich aber wieso können ein bis jetzt noch herum herum ja da war die pizza drin auch ja mit der habe ich auch schon viel gemacht ich habe sie gross klein gemacht und blöde kurz dumm herum probiert genau ah also wo ist die holzfellerstadie ah das ist ja eine map da genau ähm die 16 ganz im westen hinter dem ikea also ja auf der anderen seite das ist ikea so ich wusste ich habe irgendwo eine gesehen aber ich wusste nicht wo die war ei 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 wenn man halt nicht jeden tag spielt also ja okay wenn man das spiel auch nicht so viel spielt das ist ja schon gross aber wer schaut da oben auf das tatum ja wie kommt man hoch jetzt mit dem fisch ja vor allem es ist sehr schwer auch mit dem fisch jetzt hat es jetzt hat es geklappt steam zu starten äh ähm das holz ist weg glaube steam hat sich jetzt erst gestartet ja steam ist auch wenn du irgendwas zurücksetzen wirst passwort oder so braucht es Ewigkeit oder wenn du dich irgendwo anders anmähtest auch du darfst dich nur zu hause am pc anmähten aber auf dem handy oder bei einem anderen am pc wie kann man die statue eigentlich holen hey da gibt es kein strommast nix das hat bei mir völlig gut geklappt konnte mich anmelden auf dem anderen pc ja aber bei mir vielleicht liegt es an schiene ja ich habe sie die 31 von 32 so gut sieben statu und dann ist noch äh wo waren wir 16 ja das weiss ich jetzt auch nicht mehr 3 mal 9 21 durch also was ist die 21 20 19 18 die 17 was die 17 im süden des 5G Turms die 17 ich zähle nochmals 1 18 19 20 21 22 23 die 23 auf der kleinen Insel im Osten wer geht auf die kleine Insel im Osten und frage mich wieso ist das nicht der Reihe nach oh man ich war doch überall schon im Meer irgendwie drauf und es so ich hoffe das ist jetzt die richtige und nicht irgendwie die Freischützer ich war gerade aus dem Vorlauptauer gekickt ja das Spiel kann man nicht mehr so gemein sein jetzt haben die jetzt alles wieder umgestellt hier boink ich hab ja an einem Straßenschild fast den Kopf angeschlagen mit der Giraffe doll ich will nur durch Giraffe ich will nur durch bitte nicht gleich alles kaputt machen wie kann man schnell tauchen ok mit dem Ei und mit den Flossen wahrscheinlich ich glaube es ist schneller ohne Flossen so kann ich die Nuke nicht mehr launchen ich weiß es nicht ja also bei mir ist er gerade bei mir jetzt ist er im Meer aufgedacht oh nein zwischen den Säcken ich habe es wahrscheinlich gar nicht gesehen aber diesen Fisch oder diesen Ding habe ich doch gesehen und die Flagge ich habe die Insel einfach beobachtet und den Müll beobachtet habe die Gottsstatue im Müll zwischen den Säcken oder in den Säcken nicht also ich habe alle hier das erste glaube ich dass ich voll habe oder ja wahrscheinlich schon nein nein Liberation in Inseln sondern Gorazov so ob es will habe ich jetzt auch dann gehen wir doch mal zur Sägemühle und bei der Sägemühle muss ich nochmal kurz schauen das war die zweite die dritte und die letzte Sägemühle in einem Stapel Baumstämme drei ok da ganz unten links und die letzte auf dem Ausguck im Osten des Sees Osten des Sees ganz oben wahrscheinlich warte da eigentlich den kann ich markieren ok gut wunderbar komm haben wir noch eine eine Reisemöglichkeit ja ok schon aber ich will jetzt nicht von dort rüber sondern ich will hier auch ja ich muss von dort rüber oh mein Gott nein ich habe eine Sattelschleuder eine Sattelschleuder eine Sattelschleuder ich bin ein fliegender hi hey das sieht so cool aus so geil jetzt ist das Auto explodiert wo ist jetzt der was ist der Sinn ich kann der mal mit dem Brestlufthammer aufhören hier rumzufahren der ist so unbesiegt sobald er hier vorbeigefahren kommt ist er eh weg oh ich bin vorbeigefahren ja und wo ist die Coach Tattoo hier Bram ich habe gar keinen See mehr der hat mich mit dem Auto weggehauen ok hier ist das hier ist jetzt ein Boling das war ein Unterschied der war kaputt zum Boden wie soll ich das wissen liebe Spiel liebe Lösungsschreiber wie soll ich das wissen wie die Boots Tattoo ist das ist doch das Säge gewesen oder ich verstehe nichts mehr ja das ist der See und da irgendwo bekommt man irgendwas dafür wenn man alle also wenn man den Ding baskelt hier dieses Boling spielt Bowling oder was? ja nein du kannst nur den goldenen Ball halt noch aufheben und einwerfen Statuen äh die Städte wie Pokale ja es gibt noch andere Spiele wo du mitmachen kannst wo ich das auslöst aber jo ich frag mich wo die Goots Tattoo sein soll ja Kur Hä? Bohlingschuhe da oben bei dem AC Zocken ich sehe halt das ist nicht so gut wie hier ok hier ich meine immer das ist Käse aber das sind so hier die Sterne jetzt hab ich nur Volleyballer also wenn es so wäre dann wäre die Goots Tattoo aber wirklich mega im Mufo drin ganz oben auf dem Knallersitz ja auf dem Aussichtsturm meine Güte die schreiben im Osten vom See aber nicht auf diesem Turm oben ahhh und dann was das untere das 3 die 3 noch das auf dem Seiten wenn man trotz Lösung noch unendlich lange braucht kannst du nicht schneller fliegen die dummes ich bin Sharky hier in den Sattel ich hab jetzt jemanden entführt gut ich höre doch hier eine Goots Tattoo so also hier irgendwo zwischen die Stapel aber wer sucht zwischen den Stapel oder? wo ist das das ist die Holzstapel oder? aber wo ist die Goots Tattoo du musst mir helfen bleib suchen bleib suchen sonst nehme ich nicht mehr mit dir auf genau dort unter dem großen Gebäude da können wir das nur dunkle aha der unten ist irgendwo ist hier ein großes Gebäude hä? manchmal verstehe ich gar nichts mehr laut Map ey hier ist hier ist eine Holzfäller Statue ja und da war ich und dort habe ich die Statue eingesammelt schon lange und hier beim größten Gebäude das ist doch das große hier in einer Kiste naja den wir selbst mit dem Holz der Wanderschuhe Wanderhühe in einem Gebäude in einem Shop jetzt wandern gut Leute in einem Stapelbank den wir bei drei bin ich wieder falsch ich bin gar nicht wieder falsch ich geh wandern und hier zurück äh vorwärts halten war ich doch erst kürzlich ja und da drinnen ah da drinnen da ist ein Loch man sieht es fast nicht yes ich hab's ja 8 von 8 in Morningwood ähm Angora schau mal wieder da ach du hast Bigfoot schon gefangen ja ich hab alles gemacht ich muss nur noch die Hauptstory fährt also die die Schlacht da am Ende ähm Sammlerstücke Welche Schlacht am Ende? Blumenhill Friedhof die Witze welches Schlacht am Ende? ja der Endbosskampf das ist eine mega Schlacht es gibt einen Endboss? ja es gibt einen Endboss ja es gibt einen Endboss ja und im nächsten Part wenn vielleicht auch er wieder dabei ist der Leon hey hier ist eine Stadt kann ich dann noch andere Statuen sammeln ja ein bisschen ja Unterhaltung haben ich brauche Hilfe ja warte kurz ich bin Baustelle was hast du jetzt wieder schon wieder gemacht? Friedhof auf der Spitze eines Kirchentums ich warte doch oben wo bist du jetzt schon? du müsstest mich mal aus diesem Holz Teil befreien ah das ist eine Markierung bist du hier? ich bin in dem Holzding drinne wo? da wo du gerade warst oh oh das zeigst du auf der Map nicht an warte mal kann ich nicht einfach zur Goat wechseln? ja Aua deine Markierung habe ich angeklickt nicht dich selber wenn du ja unter meiner Markierung hast ok ich muss kurz auf den Kirchturm hier ist eine Säge und noch eine Säge und eine Goldstatue in die Säge also in dieses Teil wo da die Stachelteile sind kannst du reinglitschen also rein durchfallen und so also du kannst dich sozusagen zermalmen und mach dich da mal zur Giraffe das sieht so richtig gut aus ich hab die Giraffe ja nicht hau die Giraffe ich hab ja kein Geld also kein Ding ist kein Indiecoins ja mach dir doch kurz die kleinen Mini-Mission dann hast du sofort Geld kann man in das UFO rein? hm nein wie ein Hai aussieht auf dem Kirchturm oder am Kirchturm komm immer diese doofen Haie sie glitschen einfach davon wehe du fällst runter dummer Fisch ich will den Park langsam beenden wir haben schon 40 Minuten so und jetzt Giraffe Giraffe hilft immer yeah Giraffe hat sich sofort eingesammelt so auch ein schönes Bild ey wunderbar also wir müssen mal einen Cut machen gell? ja wollen wir direkt weitermachen? ich hab schon noch Platz ne eigentlich ist jetzt grad kein Lust jetzt mal Platz Pause machen Platz Platz auf der Festplatte ja gut also dann Dankeschön fürs Zusehen war wieder ziemlich loschig und genau ja viel Spass mit anderen Sachen und auf Twitch Livestream kommt dann auch irgendwann mal muss ich noch gucken wann am besten tschüss tschüss jao